Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zurück hier zu Abenteuer auf der Knödeltonne mit unserer Moni und die hat jetzt natürlich noch richtig schön einen abgeknödelt, wie man gehört hat. Ach schön. So, die anderen müssten gleich von der Schule kommen und Moni, boah, Moni ist halbwegs ausgeruht. Dann kann sie doch jetzt mal, ja, das sieht schon gut aus, dann soll sie jetzt hier mal so ein bisschen nach Teile blündern, hier nach Teile blündern. Und wenn das dann alles soweit ist, kann sie hier auch mal alles wegwerfen und ein bisschen sauber machen. Muss ja nicht immer unser Sahnetörtchen machen, weil Sahnetörtchen muss ja jetzt auch mittlerweile schon arbeiten gehen, weil die Mutter das hier nicht alleine geschissen bekommt, aber das hier kann Sahnetörtchen mal sauber machen. Danach geht sie duschen und dann darf sie ein Nickerchen machen, bis sie wieder zur Arbeit muss. Wobei, ich glaube, sie hat ja nur eine Stunde Zeit, oder? Nö, zwei Stunden, das passt also. Nur das, ähm, Dingens hier, das, das Nickerchen wird nicht mehr so ganz hinhauen. So, unser konzentrierter Lucius, was hat er denn hier? Himmel mit Teleskop beobachten. Wir haben kein Teleskop, mein Kleiner. Es tut mir leid, aber da musst du jetzt durch. Lucius, wo willst du hin? Anbrüllen. Brüll deinen Teddy da mal an, genau. Und wenn du den angebrüllt, ach, das bringt mir auch Spaß, ne? War ja klar. So, Moni, äh, Rührei servieren. Ach, sie macht jetzt das Rührei fertig, ne? Hoffentlich zündet sie die Küche nicht an, weil sie hat ja keinerlei Ahnung, so nicht im geringsten, wie das hier überhaupt abläuft. Äh, Kinderkanal schauen. Das ist gut, das kann Lucius mal machen, so ein bisschen den Kinderkanal schauen. Oh, so wie das schon raucht, ich glaube gleich brennt es. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Wir haben jetzt bei, äh, weiß Gott, kein Geld dafür, dass sie überhaupt irgendwas abfackelt. Natürlich, Moni. Du kochst das fertig und nimmst dir dann was aus dem Kühlschrank. Natürlich. Was ist das denn? Ach, hier, von Lucius vorhin. Das können sie dann mal wegräumen, der Mülleimer. Naja, da läuft ein bisschen über. Lucius, du bist doch ein guter Junge, bring doch mal den Müll raus. Das bist du doch schon gewohnt. Ach, ernsthaft, Summer. Naja, komm. Dennoch gehst du duschen, sonst stinkst du auf Arbeit. Das wollen wir doch nicht. Ähm. Sozial ist im Arsch, Spaß ist auch im Arsch, war ja klar. Ein bisschen nervt mich, dass das die Mülltonne da hinten steht, aber... Nee, die lassen wir da. Die passt gut dahin, und warum steht da ein Teller? Hergestellt von Sahnetörtchen Kleckermann. Mhm. Genau, jetzt gehst du noch duschen, und... Ja, das Nickerchen kannst du vergessen. Du hattest jetzt so dein Nickerchen zu, leid es mir tut, Kleines. Dann musst du jetzt sowohl so zur Arbeit. Fühlt sich sehr unwohl, hoffentlich bekommst du trotzdem deine Beförderung. Und Moni führt wieder Selbstgespräche, natürlich. Äh, Moni, komm, du kannst hier mal ein bisschen Unkraut jäten, und danach kannst du mal alles... Danach kannst du mal alles ernten. Und dann haben wir wieder ein bisschen Geld in der Kasse, weil das, was unser Sahnetörtchen mit nach Hause bringt, ist ja auch nicht die Welt. Ähm, Lucius, was könntest du mal machen? Bei dir sieht das eigentlich soweit ganz gut aus, aber... Ach, deine Hausaufgaben, genau. Du machst jetzt mal deine Hausaufgaben. Hausaufgaben machen. So. Sahnetörtchen, du musst jetzt jetzt zur Arbeit, so leid es mir tut. Schlepp dich hin, Fräulein. Ich hab so ne Lust. Jetzt muss ich ja... Ich hab so ne Lust, jetzt muss ich ja für die Alte auch noch arbeiten gehen. Mhh. Ja, blöde Kuh da hinten. Kümmer dich nur weiter um deinen Scheißgarten. Okay. Ach, er muss scheinbar nur was lesen, ja? Ja, das funktioniert doch. Dann kann er nebenbei lesen und gut ist. So, was passiert eigentlich, wenn Kinder den Kochkanal schauen? Weil ich mein, kochen... Kochen kann er ja nicht. Ne, aber was passiert, wenn er den Kochkanal schaut? Kriegt er dann trotzdem ne Kochfertigkeit? Das wäre mal eine Frage, die ich... Oder das wäre eine Frage, auf die ich mal gerne eine Antwort finden würde. Aber okay. Topfarbe ändern kann Lucius hier immerhin. Na, soll er seine Hausaufgaben mal fertig machen? Danach kann er vielleicht ein bisschen Kinder-TV gucken, damit es ihm... Ja, Fernseh gucken sollte er mal, damit es ihm dann wieder ein bisschen besser geht. Andererseits, hier ist der... Der Alexander... Äh, der Lucius Grusel ist hier. Mit seinen roten Schühchen. Der heimliche Zwillingsbruder von unseren Lucius. Na? Auf was wartest du denn, Kleines? Hannah Palm. Ne, die ist auch schon älter. Also, das könnte schon Teenie sein. Genauso wie die da vorne. Ich habe jetzt gedacht, das wäre vielleicht eine Klassenkameradin von Lucius, aber dafür ist es doch ein bisschen zu groß. Oder zu alt. Außer, sie ist, äh, 20.000 Mal hängen geblieben. Obwohl, das sehen wir jetzt direkt... Nein, nein, nein. Das ist ein Teenager. Alle beide. Aber vielleicht der Rotschöpfchen, hm? Vielleicht steht er ja auf unseren kleinen Lucius. Ich meine, Lucius ist ja unser Frauenschwarm. Wie man ja an der kleinen hier... Ach Gott, wie hieß er? Nenn sie, glaube ich, äh, gesehen hat. Lucius hat seine Hausaufgaben fertig. Gut, Lucius, dann kannst du jetzt mal ein bisschen den Kinderkanal schauen. Danach gehst du aufs... Wie ein Champion-Pieseln. Komm, dann machst du das jetzt mal wie ein Champion-Pieseln, solange es sich noch lohnt. Äh, solange es noch ordentlich funktioniert. Und dann kannst du den Kinderkanal schauen. So, Kinderkanal. Dann geht es dir nämlich wenigstens gut. Dann hoffen wir das mal. Äh, Hausaufgaben-Champion. Weil Hausaufgaben beendet hat. Uh, wenn er jeden Tag diesen Buff bekommen würde, dann müsste es eigentlich der größte Champion von allen sein. Äh, hast du es denn bald? Das kann doch nicht so lange dauern, hier so ein bisschen Unkraut rauszupfen. Du bist jetzt zweieinhalb Stunden oder so da dran, ne? Und hast gerade mal die paar Blümchen da fertig. Also die Zeiten, die sind hier doch ein bisschen... Naja, ne? Dauert doch alles viel zu lange. Auch das hier mit dem Bewässern und so. Aber es bringt halt Geld. Für den Anfang ist das gar nicht so schlecht. Bis wir dann hier die Tantemien bekommen und vielleicht die ersten Bilder verkauft haben. So, Lucius fühlt sich unwohl, weil Müll ja... Kein Wunder, wie es da drin aussieht. Ähm, jetzt kann er aber einen Kinderkanal schauen. Und der Raum hier ist ja soweit eigentlich sauber. Von daher passt das. Ja, jetzt ist er wieder. Selbstsicher, super. Wer bist du? Alexa Föld. Ich kenn mal ja auch schon irgendwo her. Und ich dachte jetzt, hier kommt unser Sahnetörtchen wieder nach Hause. Aber Sahnetörtchen ist ein bisschen massiger als der Typ da und... Aber dieses Oberteil, das sah gerade so ein bisschen nach Arbeitsbegleitung aus. Deswegen hab ich gerade gedacht, hey, warum kommt die jetzt da lang? So. Moni, wie sieht's denn bei dir aus? Du bist natürlich schon wieder todmüde. Aber es hilft alles nix. Du musst, wenn du geerntet hast, natürlich noch bewässern. Und wir spulen mal hier ein bisschen vor. Dann kommt nämlich... Dann kommt nämlich unser Sahnetörtchen auch bald nach Hause. Levelaufstieg. Monika hat Level 5 der Fähigkeit Gartenarbeit erreicht. Das ist doch schon mal was. Liebe kleine Monika, lalali, lalala. So, da ist unser Sahnetörtchen. Das Sahnetörtchen fällt hier bestimmt gleich auf die Fresse, weil sie keine Energie mehr hat. So, aber der Rest sieht gut aus, also kannst du direkt schlafen gehen. So leid es mir tut. Und Luscious, du gehörst eigentlich auch schon ins Bett, aber du kannst vorher noch was essen gehen. Schnelle Mahlzeit öffnen. Und was haben wir hier? Hier, komm, das Rührei, das deine Mutter gekocht hat. Es schmeckt bestimmt absolut scheiße, aber nimm dir doch mal eins. So, Monika. Monika, du musst morgen früh aufstehen. Das kann ich dir gleich schon versprechen. Aber bitte mach den Garten noch fertig. Und vor allen Dingen mach mal einen Schritt schneller, Frau Lein. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, du fällst gleich auch wieder in Ohnmacht. Also alles ernten lass mal mal weg. Bewässern lass mal auch weg. Und du gehst danach schlafen, wenn du hier alles Unkraut gejädet hast. So, es sind da nur noch drei, vier Pflänzchen. Da ist noch eins, genau. Jetzt noch den Baum dahin. Jetzt noch den Bananenbaum. Ach, mit der hat man sein Kreuz. So, Bananenbaum noch. Und dann kannst du schlafen. Duschen kannst du dich morgen. Wenn du willst. Und warum hat der jetzt seinen Fraster hingestellt? Och, Monika, weißt du. Also wahr ist das schon lange nicht mehr, oder? Ich glaube, wir brauchen eine Kaffeemaschine oder sowas. Wo haben wir denn hier? Nein, das sind die Sammlungen. Wo bekommen wir denn nochmal diese Lebensereignis-Dinge hin? Das hier ist es. Gekochte Mahlzeiten, bla bla bla. Nein, das ist es definitiv nicht. Fähigkeiten, Level, äh. Oh, Monika. Bestreben. Hm, 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 hm. Landschaftsgestalterin. Ja, 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 ja. Landschaftsgestaltung im Wert von 75. Ah, herrlich reich, ja, ja. Das ist aber auch nicht das, was ich suche. Das hier ist das, was ich suche. Äh, sofort Hygiene. Sofort Spaß. Energie-Trank. Ja. Trinkt das mit den Sim... Wäre vielleicht mal eine Alternative, um das zu resetten, aber wir gehen jetzt mit der Kleinen hier schlafen und das Ganze am Morgen machen und die Merkmale, schön, dass da wieder Tipps kommen. Ist ja nicht so, als ob wir die Tipps nicht schon tausendmal bekommen haben. So. Jetzt kann die ganze Familie hier mal knacken. Warum hat Sahnetörtchen eigentlich... Doch, hat ein bisschen Geld bekommen. Naja, viel war es nicht. So. Wir haben 4 Uhr... So, 5 Uhr. Und jetzt wollen wir hier mal zum Wecken. Zum Wecken appellieren. Äh, Sozialhygiene. Naja, komm. Das geht alles noch. Du gehst jetzt mal als erstes... Frühstücken öffnen. Boah, hier kannst du dir so ein bisschen Ei nehmen. Ein Gericht nehmen. So. Äh, wie sieht es bei Luscious aus? Luscious kann schon mal aufs Klo gehen in der Zwischenzeit. Und kann sich dann auch ein Gericht nehmen. Äh, nein. Öffnen. Hier ein Gericht nehmen. Auch irgendwas. Genau. Dann haben wir das Thema hier schon durch. Mit den beiden. Und du stehst bitte auch auf. Dann müssen wir die jetzt immer so ein bisschen abwechselnd auf den Pott jagen. Und dass sie sich nicht wieder gegenseitig erwischen. Sonst schämen sie sich ja wieder. Oder pissen sich wieder ein. Man kennt es ja schon. So, Sahnetörtchen. Wenn du dann gegessen hast, kannst du eigentlich mal hier den Müll wegwerfen. Den ganzen scheiß Müll, hoffe ich. Hier ein bisschen aufräumen. Und ich glaube, bis dahin musst du auch schon zur Schule. Luscious. Das haben wir alles bei dir schon? Jawohl. Ach, der brave Junge wäscht sich auch die Pfoten. Wie schaufelt die denn, bitteschön? Nimm mir bloß nichts weg, du. Ach, dieser Wanst. Wie die schaufelt. Ist ja nicht so, als ob hier zumindest noch ein Platz frei wäre. Was ist das? Meine Pizarro-Polga. Die Fiefrass-Spiele. Alles klar. Ähm, das kannst du mal bitte alles weglegen. Das hier auch, wenn du das nicht weglegen solltest. Er fühlt sich unwohl. Ja, das ist kein Wunder in dieser Küche. In diesen, äh, vier Wänden hier. Und vor allen Dingen ist er an seiner Schwester vorbeigelaufen, während sie gefressen hat und musste um sein Leben fürchten. Naja. Ähm. So, die ist soweit. Und jetzt, äh, Moni ist wach. Moni geht duschen. Nein, gehst du jetzt erstmal nicht. Du gehst jetzt, äh, wenn deine Tochter da rauskommt, gehst du erstmal deine Blase leeren. Dann gehst du duschen. Dann kannst du das Ding hier säubern. So. Ah, und danach kannst du dir auch mal eine Mahlzeit reinpfeffern. Schnelle Mahlzeit essen. Jawohl. Boah, Cerealien kannst du dir mal reinfeuern. So. Ähm, dann haben wir das hier alles schon soweit geklärt mit den Mädels. Jeder hat seine Aufgabe. Und die beiden hier, äh, Luscious. Dir geht es immer noch absolut scheiße gut duschen. Kannst du nachher. Sozial. Hm, sie ist natürlich sozial immer noch komplett unten. Normalerweise müsste sie mal ein bisschen, brr, sag ich einfach mal Kinderkanal schauen. Vielleicht geht dann wenigstens ihr Spaß ein bisschen hoch. Damit sie ein bisschen besser gelaunt hier mal an den Tag geht. Luscious, du stehst mir da ein bisschen zu doof rum. Äh, Essen hat scheiße geschmeckt. Natürlich hat es scheiße geschmeckt. Ähm, was machst du denn jetzt? Müll lernen. Ach, das ist ein guter Junge. In einer Stunde müssen die Kinder in die Schule. Sahnetörtchen. Äh, genau. Du gehst jetzt in den Fernsehen gucken, wie du sollst. Du bringst den Müll raus. Und so langsam wird es doch hier wieder einigermaßen sauber. Dann nutzen wir jetzt diese eine Stunde noch. Und Monika, genau. Du machst dann hier drin, äh, du machst das Ding dann auch sauber. Dann gehst du was essen. Ähm, ja. Und danach solltest du eigentlich auch ein bisschen, äh, aktuellen Kanal schauen. Genau, dann kannst du auch ein bisschen Kinderkanal schauen. Und dann haben wir das hier doch alles schon. Bis du arbeiten gehst. Andererseits, Spaß braucht sie nicht. Also, vorerst braucht sie keinen Spaß, weil sie muss jetzt erstmal hier auf jeden Fall, bevor sie zur Arbeit geht, den ganzen Scheiß ernten. Und soweit sie kommt, auf jeden Fall noch bewässern. Wie sieht es mit den Bananen aus? Da haben wir noch nichts dran. Äpfel haben wir auch noch keine dran. Die müssen, denke ich, noch ein bisschen wachsen. Und schön, dass sie das Unkraut hier nicht entfernt hat. Aber, wenn sie das alles geerntet hat, haben wir vielleicht doch ein bisschen... Sandtörtchen, du hast genug ferngeschaut. Geh zur Schule. Ach, schön, Fernsehgucken den ganzen Tag. Also, Monika, wie lange willst du eigentlich duschen? Komm, das reicht. Jetzt machst du das Ding hier sauber, genau. Dann gehst du was essen und dann kümmerst du dich gefälligst um deinen Garten. Da müssen wir uns echt was einfallen lassen. Ob mal hier die Reihen wieder direkt nebeneinander machen vielleicht, wäre, denke ich, die intelligenteste Wahl. Wobei das wahrscheinlich genauso lange dauern wird, wie wenn sie dann noch hier überall rumgräbst. Hm. Naja, mal gucken. Was machst du denn da? Hast du irgendwas genommen? Alex, Jakob, äh... Wir, du bringst unserer Tochter hier schlechte Sachen bei, ne? Und du dreckst, wann gehörst du in die Schule? Das gibt's doch nicht. Es ist 9 Uhr und der Junge, der rennt hier rum. Wenn das die Eltern wüssten. Können wir den irgendwie... Hm, 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 hm. Bleib mal stehen, du. Den können wir noch nicht mal anquatschen. Okay. Der will scheinbar mit uns nichts zu tun haben, dieses arrogante Etwas. Hm, hm, hm. Und das Zeug ist schon verdammt trocken wieder. Sollte sie nicht zuerst essen? Na ja. Komm, dann, 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 dann. Ich hab keine Ahnung, warum die das jetzt so rummacht. Sie sollte zuerst essen. Eigentlich. Na ja. Komm, spuren wir hier auch mal wieder ein bisschen vor. Gehen wir mal auf Geschwindigkeit 2, damit das hier alles ein bisschen schneller geht. Also mit unserer kleinen Monika. Ich denke, es ist auch stinklangweilig andauernd, Monika einfach nur zu beobachten, wie sie hier rumläuft, oder? Ich weiß nicht so recht. So eine intelligente KI hätte jetzt hier angefangen zu bewässern. Naja, hätte ich vielleicht auch einstellen sollen. Sie hat noch eine Stunde Zeit, da schafft sie im Leben nicht bis dahin noch was zu essen. Vor allem, weil das so lange dauert. Wir brauchen... Warum gibt's hier keinen Rasensprenger? Ich glaub, ich muss Offscreen unbedingt mal suchen, ob's sowas vielleicht doch gibt. Oder schreibt ihr's doch mal in die Kommentare. Wenn ihr die Sims 3 spielt, gibt es sowas wie den Rasensprenger bei Sims 1 bis 3. Wenn ihr die Sims 3 spielt. Wenn ihr die Sims 4 spielt, meine ich natürlich, gibt es irgendwas in dieser Richtung. Es nervt tierisch, dass das Zeug hier jeden Tag bewässert werden muss. Und dass das so Ewigkeiten dauert. Guck mal hier, die ist stundenlang da dran. Und jetzt kann sie das Essen vergessen, jetzt kann sie direkt zur Arbeit. Das ist... Naja. Mit Hunger geht's jetzt zur Arbeit, weil das hier so 1000 Jahre dauert. Das bringt so nix. In der Theorie könnte ich jetzt aber selber nochmal gucken. Ich wüsste aber nicht, unter was ich da gucken soll. So, hier haben wir das Zeug. Da haben wir schon durchgeguckt. Da ist nichts. So, hier natürlich auch nicht. Das sind nur Sitzgelegenheiten und Tische. Hier bei den Dekoartikeln vielleicht. Hm, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Gartenschlauch an Umgebung. Ja gut, bringt nur Umgebung. Das ist also nur Deko, das Ding. Das Ding hier kennen wir aus einem anderen Let's Play. Das wäre gegebenenfalls auch was für unser Sahnetörtchen. Aber ich möchte da nicht unbedingt irgendwas nachmachen. Hier, das könnte so das Familienwappen unseres Lusches sein. Bevor er adoptiert wurde halt, ne? Kriegt er vielleicht mal übers Bett geknallt irgendwann. Oh, was ist das Zeug alles? Kostet hier so ein scheiß Messerset? Flaschenregal. Warum können wir da Muni nicht mit draufhängen? Hm? Kommt hier dann ganz oben in den Kopf rein. Ein eingerahmenes, offenes Buch. Das ist natürlich irgendwo süß. Schaltet die Level 5 der Schriftstellerkarriere frei. Ja, das können wir ja mal machen. Ähm. Taktikkarte. Yay. Können wir über den Computer... Taktikkarte können wir dann über den Computer hängen, wenn wir einen besseren Computer haben. Hier haben wir ein paar Kleiderhaken. Die können wir gegebenenfalls auch noch irgendwann aufhängen. Wandkunst Strahlenwerfer. Naja, warum nicht? Aber. Ach, das ist jetzt auch alles nur Zeug, das an die Wand kommt. Was haben wir denn hier? Irgend so ein Kanickel. Hier haben wir ein Sahnetörtchen aus Porzellan. Äh, ein paar Zwerge, ein Wasserspender, ein Pel... Hier so ein Flamingo, äh, Pelikan würde ich schon sagen. So ein Flamingo, den gab es auch, glaube ich, in allen Teilen. Ähm, aber kein Gartensprenger. Warum gibt es hier keinen Gartensprenger? Was ist? Tragbare Gal... Äh, tragbare Galaxieshow. Okay. Sternensuche, äh, Originalentwurf. Äh. Gründerstatue. Premium Prima... äh, Ball... äh, Ballerina. Prima Ballerina. Ach so. Fliegendes Lama. Mhm. Aus Eis oder was? Lass das König... König... Alter. Mein deutsches im Arsch. Entschuldigung. Lass das königliche, grob gehauene Profil des geflügelten... des geflügelten Lamas deinen alltäglichen Handlungen beiwohnen. Jeder... äh, schwielensor... Alter, was? Schwielensolar-Freund. Was? Was ist ein schwielensolar-Freund? Muss eins haben. Was ist ein schwielensolar? Ach, schwielensolar, ja, wegen Lamas, natürlich. Ach. Ne, wir haben hier auf jeden Fall keinen, äh, Gartensprenger. Also da kann ich auch noch stundenlang weitersuchen. Ich werde keinen finden hier bei den Lampen mit Sicherheit erst recht nicht. Ach, das ist doch scheiße. Wenn man das Ding wenigstens freischalten könnte ab einem bestimmten Gartenskill. Ich wüsste auch nicht, was ich hier angeben könnte. Einfach mal Wasser. Großer Wasserspender mit Dü... Großer Wasserspender mit Düse. Achso, das sind die Dinger, genau. Wasser. Was haben wir denn noch mit Wasser? Äh... Wasserspender mit Düse. Kleiner Wasserspender mit... Wasserspender. Das ist alles nur dieses Pool-Zeugs. Und es bringt uns einen feuchten Scheißdreck. Hm. Gut. Dann wird mir jemand die Zeit weiterlaufen lassen. Es hat ja keinen... Es hat keinen Sinn, da jetzt... Die ganze Zeit weiterzugucken. Und die... Und die Kinder sind jetzt von der Schule zu Hause. Saadentörtchen. Du kannst jetzt mal duschen gehen. Danach kannst du... Nochmal was essen. Hier kommt immer was von den hässlichen Spaghetti. Und dann hältst du mal ein kleines Nickerchen. In der Hoffnung, dass wir dich halbwegs fit bekommen für die Arbeit. So, Lucius. Wie sieht das bei dir aus? Du bist... Naja. Nickerchen machen. Gut, dann machst du erst das Nickerchen. Gehst dann unter die Dusche. Dann passt das so halbwegs. Und dann wird Lucius auch so eine Hausaufgabe machen. Kann er... Eine erfrischende Dusche hätte man ihr geben sollen. Naja, gut. Nein, 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 nein. Errungenschaft. Was bringt einen Sim dazu, neutral... Was... Was bringt einen Sim dazu, neutral zu werden? Lass einen Sim 48 Stunden die Emotionen okay behalten. Wer hatte denn jetzt die 48 Stunden die Emotionen okay? Nee, definitiv keiner von unseren Sims. So, Dusche. Du kletterst da mal bitte raus. Und nimmst eine erfrischende Dusche. Keine dampfende Dusche. Wir wollen ja nicht irgendwie auf die Bäume klettern müssen. Dann wirst du dir ein Gericht nehmen. Und dann dein Nickerchen halten. So. Versuchen wir es einfach mal. Vielleicht kriegen wir es ja fit für den Tag, dass sie auch eine Beförderung bekommen. Nee, würdest du nicht bekommen. Dann müsste sie in der... Ach, Lucius, du bist so doof. Weißt du das eigentlich? Du solltest ins Bett. Ach, dieses Kind. Was macht der Junge? Säuft der? Nimmt er Drogen oder sowas? Hat er irgendwas bei seiner Mutter in der Schublade gefunden? Nee, die hat noch gar... Doch. Vielleicht hat er da was im Regal gefunden. Ist da was? Nee. Da ist nichts mehr. Der hat bestimmt was gefunden und hat sich das dann alles eingeschmissen. Okay. So, Sahnetörtchen ist jetzt am Essen. Immerhin schon mal. Weißt du was? Für den Spaß werde ich mir jetzt mal hier so ein Geschenk gönnen. Wenn sie... Och, sie hat 800 Punkte. Dann werden wir mal den Spaß von ihr... Jawohl. Ach, das muss sie dann wohl noch trinken vor der Arbeit. Jawohl, muss sie dann noch sofortiger Spaß. Dann kann sie sich das vor der Arbeit nochmal reinknallen. Dennoch macht sie jetzt erstmal ihr Mittagsschläfchen. Und dann geht es ihr hoffentlich auch besser. Logisches. Du hast lange genug gepennt. Es war eigentlich überhaupt nicht lange. Aber du bist entspannt. Jetzt kannst du endlich duschen gehen. Danach wirst du... Hier was von einem Spaghetti essen. Ein Gericht nehmen. Ja komm, geh weg Fensterchen. Das würde ich gerne ausblenden, weil in der Aufnahme sieht man es ja leider auch. So, danach geht er essen, genau. Und dann kann er noch seine Hausaufgaben machen. Und dann sollte er machen können, was ihm... Er ist beschämt, weil er seine Schwester... Ich wäre auch beschämt. Äh, Sahnetöhrchen, das wird sich nicht lohnen. Das kann ich dir schon versprechen. Du hast noch 10 Minuten. Er hat 10 Minuten aufs Ohr hauen. Ist ja eigentlich eine recht gute Zeit. So, und hier hängt schon wieder was dran zum Ernten. Das ist ja super. Wie oft geht das Fenster da unten eigentlich noch auf? Kann das nicht wenigstens bei dem Spiel in einer anderen Ecke hängen, als direkt vor dieser Konsole? Ach, schrecklich. So, du kannst jetzt wieder aufstehen und zur Arbeit gehen. Ich fühl mich aber so scheiße. Verdammt. So, ähm... Alter! Hau dir das Ding schnell in die Birne. Und wie schicken wir dich jetzt zur Arbeit? Ist ja schön, wie der blitzt. So. Ah, Outfit Ende. Zur Arbeit gehen, da haben wir es doch. Also können wir so Interaktionen auch abbrechen und die Sims dann trotzdem wieder zur Arbeit schicken. In der Theorie sollte... Naja, sozial fehlt noch ein bisschen. Aber sie ist immerhin schon mal besser drauf. Sie ist energiegeladen und es geht ihr halbwegs gut. Gut, vielleicht war das jetzt dieser passende Trank, damit wir Sano Törtchen endlich mal wieder auf den Damm bekommen. Das kann ja nicht sein. Gut, sie geht jetzt ja energiegeladen zur Arbeit. Vielleicht bekommt sie ihre Beförderung. Dann haben wir wenigstens etwas Gutes daran verdient. Und ich werde mich aus dieser Aufnahme verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!